Musik Start ist vergeben und es geht wieder los. Der erste Metroparkmotors hält sich daraus. Marcel Kaiser und Blacksharks wird jetzt noch einmal liegen. Es geht hier um die andere Klasse und Metroparkmotors ist am Ende auf dem schlüpften Platz unterwegs. Der vierte Platz für die Blacksharks Neuschilles. Das ist absolute Dramatik. Die Blacksharks mit Marcel Kaiser noch einmal ganz stark unterwegs. Marcel Kaiser auf dem ersten Platz und damit auf dem vierten Platz. Der erste Metroparkmotors kommt da nicht mehr an. Michael Mensch muss sich hier mit dem fünften Platz zufrieden geben in diesem Lauf. Der erste Runde für die Blacksharks Neuschilles. Marcel Kaiser hat das sehr geschickt. Der Mann holt sich hier den vierte Platz in diesem kleinen Finale in der Ahrer Kassel. Wir haben das Sticheln über uns in den einzelnen Kassel. Blacksharks Neuschilles auf vier Metroparkmotors auf der Fünften. Wir kommen zum Superfinale. Superfinale in der Trabant-Klasse. Der Gesamtsieger gegen den Zweiten und den Dritten. Auch da hat es Laban wieder dabei. Er konnte die 60er Strasse für sich entscheiden.